Ford Transit, Custom, Nugget und jetzt machen wir eine geile Sound-Upgrade-Ergänzung zu unserem bereits installierten Front-Lautsprechersystem mit Türdämmung und zwar mit einem smarten Subwoofer und einer noch smarteren 6-Kanal-Endstufe. Dann kommen wir zu den smarten Produkten für den Ford Custom Transit Nugget. So, und weil das kann ja auch sein, dass es ein Nicht-Nugget ist, sondern ein anderer Transit, das funktioniert ziemlich bei jedem Fahrzeug, aber beim Nugget haben wir die Herausforderung, dass rechts unterm Sitz und links unterm Sitz alles voll mit Batterien ist. Und deswegen auch ein Subwoofer gelöst, eine Subwoofer-Lösung her muss, der sich irgendwie integriert ins Fahrzeug, der einen guten Bass macht, aber eben auch nicht irgendwie auffällt, wo man drüber stolpern muss oder irgendwas verhindert, dass man überhaupt so irgendwo durchlaufen kann. So, deswegen haben wir jetzt für den Ford Transit eine Lösung und zwar mit unserem neuen 20 cm Subwoofer für dieses Fahrzeug, das so cool gelöst ist, dass der wirklich im Fußraum quasi fast untergeht. So, und jetzt kommt die smarte Endstufe, wir haben die DSP-6 und wie es der Name sagt, ist es eine DSP-Endstufe mit 6 Kanälen Ausgang, mit jeweils 60 Watt RMS-Leistung. Das bedeutet, wir haben zwei Kanäle für die Front-Lautsprecher, die wir in diesem Fahrzeug ja bereits ausgetauscht haben und echt modifiziert haben und nur die darauf warten, jetzt nochmal richtig Schub zu bekommen. Und wir können die hinteren originalen Lautsprecher gleich mitbefeuern, das heißt, die werden auch ein bisschen dynamischer und fügen sich viel mehr ins Klanggeschehen ein, als wenn man das nicht machen würde. Und die kümmert sich mit weiteren zwei Kanälen um diesen kleinen hübschen 20 cm Subwoofer, der in unserem Fall im Down-Firing-Verfahren funktioniert. Das heißt, er spielt an den Boden und verteilt den Bass über den ganzen Fahrzeugboden und kommt dann eben dementsprechend impulsiv und tief dann bis an mein Ohr oder an dein Ohr. So, und diese Endstufe heißt DSP-Endstufe, weil wir jedem Lautsprecher einzeln sagen können, wie er am besten klingt. Das heißt, wir haben hier entsprechende Frequenzweichen drin, wir haben Phasenkorrekturen, wir haben Laufzeitkorrektur und wir haben natürlich ein Equalizing, wo wir jede Frequenz so einstellen können, dass es zum Schluss ein sehr, sehr schönes, homogenes, lineares Signal ist, wo für mich extrem cool sich anhört. Und das Ganze dann ein richtig tolles Gesamtergebnis ist mit einem schönen, dicken Bassfundament, wo echt nochmal einen oben drauf setzt. Und das Ganze dann mit einem Plug-and-Play-Kabelbaum. Das heißt, wir brauchen nichts irgendwie am Autoradio abzuschneiden, umzuändern, umzuklemmen. Doch umklemmen tun wir, aber eben nur mit den originalen Steckern. Wir stecken einfach alles ein bisschen um, ergänzen dadurch unsere Endstufe und die ist auch so smart. Die hat zwar ordentlich Leistung, braucht aber eingangsseitig lang nicht so viel Leistung wie diese alten großen Endstufen, die auch sehr heiß werden und viele Nebenwirkungen haben. Anstatt Leistung auf den Lautsprecher zu bringen, entwickeln die alten Endstufen eher die Leistung, um das Fahrzeug innen drin zu erwärmen, weil die eben so heiß werden. Unsere Endstufe kommt mit sehr wenig Eingangsleistung klar. Das heißt, wir können auch die Stromversorgung vom Autoradio, im Speziellen hier beim Ford Transit, über die dicken Plus- und Minus-Leitungen vom Autoradio abzapfen. Klingt so primitiv, ist aber alles in diesem Kabel-Kit bereits erledigt. Und wir stecken das Ganze zusammen, legen ein Subwooferkabel von der Endstufe bzw. vom Autoradio Richtung Subwoofer und sind fertig. Minimale Einbauzeit bei maximalem Ergebnis. Wir bauen das Ganze jetzt ein. Damit wir unsere DSP-Endstufe hier ergänzen können und auf unser Soundsystem andocken können, müssen wir natürlich jetzt erstmal an die Radioeinheit müssen wir jetzt. Und die verbirgt sich hinter dem Display. Und dazu muss hinter dem Display nur der Deckel mit einem kleinen Schraubenzieher und dann mit einem Revovertool nach oben abgehebelt werden. Und können oben drei Schrauben lösen, damit wir den Monitor dann aushängen und abstecken können. Danach haben wir unten direkt zwei weitere sichtbare Schrauben, die lösen wir ebenfalls. Und jetzt können wir ringsherum um diesen Kunststoffrahmen mit einem Kunststoffentriegelungshebel das Ganze abklippen. Es ist ringsherum nur geklickt, also abziehen. Und können auch dann unten drunter gleich diesen Kunststoffrahmen, wo der Monitor gerade eben noch montiert war, ebenfalls mit vier Schrauben komplett wegmachen. Und lösen mit weiteren zwei Schrauben die Radioeinheit, die jetzt sichtbar ist und natürlich wir auch gleich rausnehmen werden. Und dann machen wir oben den Einsatz ebenfalls gleich raus. Den können wir hier ein bisschen nach hinten drücken und mit einem Kunststoffkeil reinfahren und nach oben raushebeln. Unsere DSP-6 Endstufe passt hier direkt auf das Autoradio drauf. Da bekommt die nachher ihren Platz. Verkabelt wird das alles hier oben mit unserem Kabelbaum, aber wir müssen jetzt noch unser Subwooferkabel einmal bis nach unten ziehen, weil wir an zwei verschiedene Orte oder vielleicht sogar drei verschiedene Orte auswählen müssen, wo wir denn jetzt unseren Subwoofer hinmachen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir euch für Lösungen haben und wie wir das Kabel da unten hinlegen. Zur Platzierung des Subwoofers hier vorne in den Bereich hier direkt an der Mittelkonsole dran, würde ich euch empfehlen, diese Schraube auch mitzulösen, weil dann können wir das Kabel direkt hier hinten drinnen schön runterführen. Das Kabel führen wir hinterm Handschuhfach runter und dazu kann man das relativ entspannt aushebeln, indem ihr das ein bisschen rüber drückt und dann entriegeln sich diese zwei Widerhaken automatisch und wir können das so runterklappen lassen und können jetzt unser Subwooferkabel hier oben einführen und direkt von hier unten auch wieder schnappen und jetzt ganz nach unten legen. Jetzt machen wir mal hier das Kabel so weit wie möglich durch. Das können wir unten immer noch irgendwo übrig lassen. Es ist auf jeden Fall lang genug, um die verschiedenen Subwooferpositionen mit dem einen und denselben Kabel abzudecken. Das Subwooferkabel führen wir hinter diesem Steg nochmal nach Richtung Motorraum, also damit hier in dem Bereich des Handschuhfachs einfach keine Kabel zu sehen sind und die da rumhampeln könnten, sondern wir führen das Kabel direkt hinten rum, schön unter der Verkleidung, also hinten drinnen. Drinnen ist auch so ein doofe schwäbisches Wort, das sage wahrscheinlich bloß ich, oder? Und von hier aus können wir das Kabel auch ganz getrost jetzt ganz nach unten in den Fußraum ziehen und das Handschuhfach auch wieder einhängen. Von dieser Position aus können wir jetzt auch bei einer Installation des Subwoofers neben dem Sitz oder auch in dem Sitz für die Leute, die keine zwei oder vier Batterien im Fahrzeug haben und hier tatsächlich Platz haben sollten, das Kabel einmal bis ganz nach rüben ziehen und hier unter dieser Verkleidung das Kabel hier mit unter den Sitz legen. Das ist sehr unproblematisch und einfach zu machen. Wir fangen jetzt aber erstmal an, das Kabel hier reinzulegen. Und warum wir das auch hier machen können, erzähle ich euch gleich noch. Aber jetzt haben wir die Kabelverlegung schon mal da, wo wir sie hinhaben wollen. Für alle, die unter ihrem Fahrer- oder Beifahrersitz, ich bin mir nicht sicher, welches Fahrzeug die Batterien dann wo hat, aber wenn man unter einem der beiden Sitzen so richtig viel Platz hat, dann würde auch unser ROG 3 Subwoofer reinpassen, der anstatt des jetzigen 20 cm Subwoofers ebenfalls zwar einen 20 cm Subwoofer beinhaltet, aber als Bandpass-Version, wir haben das in einem anderen Fahrzeug auch schon so verwendet und das ist optimal für unter der Sitzmontage mit einem Bassreflex-Port, der nach vorn rausstrahlt. Also das Ding wird dann nachher so installiert. Und das ist ein Bandpass-Gehäuse, das natürlich auch groß ist und auch aufgrund der Größe natürlich noch mehr Volumen macht. Also das wäre noch eine Alternative zur Installation des Subwoofers für den Transit. Wen das interessiert, haben wir hier kurz mal angesprochen, Option ROG 3. Kommen wir jetzt direkt zum Anschließen und Verstauen der 6-Kanal-Endstufe. Dazu haben wir jetzt hier diesen fix und fertigen Kabelbaum, den ihr hier am Originalradio zwischenstecken könnt. Das heißt, wir haben hier den originalen Stecker von Ford und können den jetzt mit einem Ende so adaptieren und das andere Ende wieder am Fahrzeug, am Autoradio anstecken und haben bereits durch unser Subwoofer-Kabel und den kompakten Anschlussstecker bereits Stromversorgung, Zuleitung der Signale, Ableitung der Signale und Subwoofer-Signal alles schon erledigt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Endstufe hier oben drauf platzieren. Das heißt, wir nehmen diese Einheit erstmal so ein Stück raus, können natürlich jetzt auch das Kabel an der Seite hier hochlegen. Können wir mal hier reinlegen und natürlich auch gleich das Subwoofer-Kabel. Das ist die andere Seite. Und dann können wir das Subwoofer-Kabel und den Hauptanschluss mit der Endstufe verbinden. Ihr könnt es auch gar nicht falsch zusammenstecken. Subwoofer ist separat zum Anstecken, schaut dann so aus. Und bevor jetzt alles fertig installiert wird, gibt es zwei Sachen, die ihr vielleicht für euch einstellen solltet und könnt, wenn die Nachrüst-Lautsprecher drin sind, also die neuen von uns, die Option, dann schaltet ihr den Mode-Schalter bitte auf 2 um. Das ist das Equalizing, was in der Endstufe einprogrammiert ist für die Nachrüst-Lautsprecher von Option. Wenn ihr die Original-Lautsprecher drin lasst und trotzdem die Endstufe und den Subwoofer ergänzen möchtet, dann schaltet bitte den Schalter auf 1. Dann ist das Equalizing einfach neutral, bleibt auf die Original-Lautsprecher. Aber wir haben ja die neuen Lautsprecher drin, also schalten wir den Mode-Schalter auf 2. Den Control-Regler 1 brauchen wir gar nicht beachten, da ist nichts drauf. Und rechts daneben der Control-Regler 2, der pegelt den Subwoofer. Der Rechtsanschlag ist natürlich Vollgas und wem das alles ein bisschen zu viel sein soll und sagt, nein, ich will nur eine kleinere Unterstützung haben, der kann den Subwoofer natürlich dann hier zurückpegeln. Kann jeder für sich nach Belieben einstellen. Ebenfalls im Zubehörprogramm bieten wir euch noch eine Pegelfernbedienung an für den Subwoofer, also für den Pegel. Die würde dann hier angesteckt werden und könnt ihr natürlich euch hinbauen, wo ihr möchtet, wo es für euch am besten passt. Hier in dem Fahrzeug gibt es mehrere Möglichkeiten, aber da könnt ihr dann während der Fahrt oder während Musik hören, einfach direkt auf den Subwoofer zugreifen, ohne den Bass am Autoradio verändern zu müssen. Wenn wir alles eingestellt und angeschlossen haben, können wir das Autoradio so weit rausziehen, dass wir hier erstens mal ein Klettstück anbringen können, weil die Endstufe kletten wir auf das Autoradio von oben drauf. Das können wir jetzt hier einfach mal so aufreiben. Und jetzt nehmen wir die Endstufe und beides zusammen geht nicht, ihr müsst das Autoradio raus machen, damit das so funktioniert. Einmal komplett raus und die Endstufe in das Loch reinfallen lassen und dann erst das Autoradio jetzt wieder oben drauf hieven quasi. So, jetzt kommt das ganze gute Stück wieder da drauf. Achso, was wir jetzt vergessen haben, hier kommt natürlich jetzt auch das Klett-Gegenstück drauf. Mensch, Mensch, also nochmal da rein und das Autoradio reinschieben. Jetzt auf der Endposition. Hier drüben kann man übrigens auch so ein Gitter ein bisschen wegnehmen und von der anderen Seite nochmal reinlangen. Und jetzt können wir das Autoradio auf seine ursprüngliche Position bringen und unsere Endstufe direkt von oben in den Hohlraum hier reinmachen. So, das Gitter wieder dran. Und so schaut es dann von oben aus. Und das ganze Kabel können wir jetzt tatsächlich in den Hohlraum reinschieben, der links vom Autoradio ist. Und den großen Anschlussstecker, den können wir hier unten unterbringen. Der stört jetzt hier gar nicht mehr. Wir können jetzt bereits wieder alles zurückbauen und hier unser Kunststoffteil wieder draufschrauben. Bis zum nächsten Mal. Grundsätzlich ist unser Rock 5 für den Transit so konstruiert, dass er zwischen die Sitz hier gedacht ist und er trägt auch nicht viel auf, sodass man problemlos drüber steigen kann oder gegebenenfalls sogar draufsteigen kann, weil von der Seite ist es nur Holz. Und wir haben einen Schallblock praktisch hier mit eingebaut, weil wir uns was dabei gedacht haben, was akustisch richtig cool ist. Die Stelzen hier vorne mit den Spikes, die sind vorn ein bisschen höher wie hier hinten und die sind ein bisschen niedriger. Das heißt, automatisch haben wir zum Schluss, wenn es eingebaut ist, eine kleine Trichterform und haben auch das hinten zugemacht, dass der Schall nur nach vorne raus kann. Also hier in die Fahrgastzelle rein und nicht nach hinten. Das bringt euch tatsächlich nochmal so circa 2 dB mehr Subwooferleistung, hörbare. Und deswegen wird der Woofer so rum installiert und auch hier an der Seite angesteckt. Ihr seht danach keine Kabel mehr und der versteckt sich richtig entspannt hier zwischen den Sitzen. Wer seinen Subwoofer dennoch anders verbauen mag, gäbe es noch die Möglichkeit, den Woofer jetzt umzudrehen. Wenn wir den Woofer vorn installieren, wie wir vorne auch das Kabel vorinstalliert gehabt haben, da kann man also den Subwoofer auch genauso gut so rum reinmachen. Hier spielt es mit dieser Schallrückwand keine Rolle, weil er vorne sowieso, der Woofer erstens mal vorne steht, wo er hinkört, schalltechnisch. Und wir hätten hier vorne sowieso die Wand, wo der Schall vom Subwoofer abprallt. Wenn ihr das macht und den Anschlussterminal auf der Seite drüben haben möchtet, dann müsstet ihr lediglich die Stützen hier entsprechend umschrauben. Also die langen Stützen auf die Seite und die kürzere mit der Wand auf die Seite rum. Das wäre eine Möglichkeit 2, wer das so haben möchte. Und weil es auch noch eine dritte oder vielleicht je nachdem, wie ihr das dann daheim machen möchtet. Es gäbe auch die Möglichkeit für Leute, die ihr Fahrzeug alleine nutzen oder der Sitz hier, der Fahrpartner, die Füße hier draufstellen möchte, wie auch immer. Das wäre auch möglich. Also wir sind hier ein bisschen flexibel und das könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet. Und wir machen den jetzt hier in die Mitte rein. Unser Anschlussterminal vom Subwoofer hat zwei Anschlussbuchsen. Die linke ist die 0 Grad Phase und die rechte ist die 180 Grad Phase. Wir schließen das auf jeden Fall auf der linken Seite bei 0 Grad Phase an, weil so ist auch unser Sound Setup und unser Sound File konfektioniert. Kommen wir zum Soundcheck für unsere Ford Transit Sound Anlage für den Nugget. Spezifiziert wegen dem Subwoofer hier, dass der in der Mitte ist. Geht aber, denke ich, so ziemlich bei allen Transits. Und jetzt hören wir mal rein, was passiert, wenn man so einen Sound mit einer DSP, Endstufe und einem Subwoofer ergänzt. Also das ist, jetzt legen wir so richtig eine Schippe drauf. Es ist sehr voluminös, es ist einfach nur viel Sound da, der wirklich sehr, sehr geil platziert ist und sich sehr homogen und ausgewogen anhört. Und natürlich jetzt der Bassteppich ein ganz anderer ist mit dem Subwoofer, der hier schön in die Fahrgastzelle rein den Bas katapultiert. Und echt für die Lösung, dass wir unter den Sitzen beim Nugget keine Chance haben, irgendwas versteckt einzubauen, ist das eine Lösung, die echt, echt geil ist. Und wer tatsächlich ja die Möglichkeit hat, unter den Sitzen keine Batterien zu haben, dafür aber einen ROG-3-Subwoofer zu installieren, der macht noch ein bisschen mehr Schub. Aber die Lösung hier zwischen den Sitzen ist halt einfach so halbwegs alltagstauglich und stört überhaupt gar nicht, wenn ihr hier durchlauft oder im Alltag hier einfach was zu machen. So, hören wir vielleicht nochmal rein in irgendwas. Was wir hier noch so haben, das interessiert euch ja jetzt. Also Leute, das Klangerlebnis ist eine Welt anders wie das Originale von Ford. Da brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Also das ist jetzt wirklich geil. Wer es ausprobieren mag, kann das ja jetzt nachmachen. Und ich denke, es ist zwar ein bisschen Schrauberei bei dem Fahrzeug, weil es sind schon einige Schrauben, aber es ist ja auch einiges geklippt. Also man kommt relativ gut nah an die Sachen dran. Gut und einfach an die Sachen ran, um das zu ergänzen. Durch die Kabelbäume, durch die fertigen, braucht ihr euch keine großartigen Gedanken machen, irgendwas falsch zu machen. Ihr steckt rein theoretisch alles nur zusammen. Nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht bringen wir nochmal irgendwas für den Ford Transit raus. Schaut auf jeden Fall mal immer rein in unseren Kanal von AAS24. Wir haben ja natürlich auch viele andere Autos für alle, die keinen Ford Transit fahren. Die finden vielleicht eine Lösung für ihr Fahrzeug. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ich verabschiede mich hiermit und sage vielen Dank fürs Zuschauen.